Es waren drei wohlhabende Männer. Papa hatte auch zwei Frauen. Weil die erste ihn wegen eines Dattel-Importeurs verlassen hat. Da hat er doch schon seit zwei Jahren ein Verhältnis mit seiner um 30 Jahre jungen Zugefrau. Lass meine Mutter aus dem Spiel. In einer hatte meine Mutter den Mut, ihr Leben zu ändern, anstatt sich umzubringen. Das Haus in der Schweiz. Hat er das eigentlich vermietet? Wenn du damit andeutest, dass du mit deinem Winkeladvokaten dort einziehen willst, dann vergiss es. Freddy wird mich verlassen. Vorhalten. Ich will ja gar nichts vorhalten. Du interessierst mich nicht mehr. Du bist ein Fliegenfurtz. Ein was? Ach, erzähl mir doch nicht, dass Melly dich nur eingeladen hat, weil du im Strange diese komische Motor- und Scheiße spielst. Sie wird keinen kennen, der auflegen kann. Bitte? Vor ihrer Verlobung hat diese Nutte jeden zweitklassigen DJ gefögelt, der nach dem dritten Wort gar eine Plattenkarriere versprochen hat. Na und? Dann ist Melly halt eine Nutte, aber in Wem sagt zu dir, eine mit Stil. Also, war nett, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Wenn du so scharf auf dem Knast bist, dann mach es doch. Lass mich da raus. Aussehen. Es tut mir leid. Aussehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020